Wie zeichne ich einen Hintergrund bzw. wie male ich einen Hintergrund? Diese Frage gehen wir in diesem Video auf den Grund. Und für die Vereinfachung mache ich den Unterschied in zwei verschiedene Bildarten. Die eine Art von Bild ist ein Objektbild, nenne ich mal so. Die andere Art ist ein Szenenbild. Wenn du diese zwei Unterscheidungen schon mal definiert hast für deine Vorlage, dann hilft dir das schon einmal, ein bisschen besser mit dem Hintergrund umgehen zu können. Und jetzt in diesem Video möchte ich mich effektiv nur auf das Objektbild fokussieren, weil dort ist es ziemlich deutlich, was der Hintergrund ist und was der Vordergrund ist. Somit kannst du auch besser damit arbeiten, wie du den Hintergrund umsetzen möchtest. Grundsätzlich kann ich sagen, dass hier weniger mehr ist, weil effektiv das Objekt ist im Vordergrund und alles andere sollte nur leicht angedeutet sein. Einfach nur glaubwürdig sein. Darum ist es wichtig, da gewisse Elemente zu beachten, aber nicht unbedingt jetzt akribisch das Ganze umsetzen zu müssen. Also werden wir ein bisschen konkret und ich zeige dir anhand von zwei, drei kleinen Beispielen, was mit einer Szene alles los sein kann und was für Probleme da auftreten. Wieso das sehr, sehr subjektiv ist, was da unbedingt, also was überhaupt da ein Hintergrund ist und was nicht. Zum Beispiel diese Szene aus Tokio. Hier haben wir die Menschen im Vordergrund ganz klar. Dann haben wir hier ein grosses Haus. Hier hinten haben wir noch mehr Häuser. Da ganz hinten noch ein bisschen etwas. Da hinten noch etwas. Und jetzt fragt man sich, ja was ist jetzt da effektiv der Hintergrund? Klar, man könnte sagen, ich zeichne nur die Menschen. Dann ist dieser Bereich wie so Teil 1 der wichtigste. Da kann man sagen, ja ich nehme dann vielleicht dieses Hochhaus noch mit. Dann ist das Teil 2. Und der Rest ist dann effektiv Hintergrund. So etwas hier. Diese Häuser mit dem Himmel. Dann kann man das dementsprechend ausarbeiten, beziehungsweise akzentuieren, dass die Leute vielleicht vorne ein bisschen kontraststärker sind oder farbiger und der Rest dahinter ein bisschen verschwimmt, verblasst oder nur mit ganz leichten Strichen da gezeigt wird und so weiter. Also wie gesagt, bei solchen Bildern, solchen Vorlagen ist das fast wie, ja, ein unendlicher Pool, wo man ganz, ganz viele Möglichkeiten hat. Darum geht es mir in diesem Video weniger um solche Bereiche, weil da kannst du, ja, selber bestimmen, was der Hintergrund sein soll. Viele Sachen weglassen, viele Sachen dazugeben. Ist sehr, sehr individuell. Ich zeige dir noch ein Beispiel, das sehr ähnlich ist wie das Tokio-Bild. Mein Comic-Projekt, also ein Comic-Projekt, das ich im Moment verfolge. Das ist so etwas Ähnliches. Die Figuren stehen natürlich im Vordergrund, so wie jetzt hier die Leute. Dann haben wir hier den, ja, den Zaun. Und dahinter zeigt sich eine Stadt, eine Grossstadt vielleicht. Aber hier ist ganz klar, die Figuren spielen die Hauptrolle und der Rest deutet nur an, beziehungsweise bringt die Menschen oder die, ja, die Situation zusammen und wir wissen dann automatisch, wo was stattfindet. Hier haben wir sogar drei Ebenen. Wir haben hier diese Ebene des Betrachtenden, also da, wo wir stehen. Das hier und das, das sind so eine kleine Brücke oder ein Steg, wo man steht. Dann haben wir hier die zweite Ebene mit der Figur hier. Wir haben eins, wir haben Ebene zwei und wir haben natürlich Ebene drei. Da kann man auch sagen, ja, was ist jetzt der Hintergrund? Klar, hier ist es deutlicher, das ist der Hintergrund. Und wir sehen auch hier sehr gut die Verblassung, dass die Farben auch Intensität abnehmen nach hinten und auch die Kontraste sich da langsam verlieren. Also das Schwärzeste haben wir natürlich links und rechts bei uns. Dann wird es langsam blasser, also schwarz ist da nicht viel mehr und hier verliert es sich dann komplett. Aber wie gesagt, bei solchen Bildern hast du dann automatisch die Frage von Perspektiven, dass die noch vielleicht stimmen, ja, vom Bildausschnitt, von der Bildkomposition und, und, und. Also da kommt ganz, ganz vieles zusammen bei einem Szenenbild als bei einem Objektbild. Also es ist noch schwierig da herauszufinden, wie mache ich da richtig den Hintergrund? Beziehungsweise was ist denn effektiv der Hintergrund? Okay, jetzt wird es noch konkreter und zwar zeige ich euch ein paar Beispiele aus meinem Skizzenbuch. Und zwar, klar, es sind Skizzen, aber die Systematik, das Mindset dahinter ist in etwa das Gleiche. Also wie man mit dem Hintergrund umgeht, wie man ihn umsetzen möchte, ob das jetzt skizzenhaft ist oder ausgearbeitet, ja, die Systematik und die Denkweise dahinter bleibt die Gleiche. Gut, die ersten zwei Beispiele sind, ja, ziemlich gute Beispiele für ein Szenenbild, wie hier. Und hier haben wir ganz klassisch ein Zoom, ein Objektbild. Das Gleiche, einfach viel näher und mit einem ganz anderen Hintergrund. Hier haben wir diese Mehrschichtigkeit, wir haben den Tisch, die Gläser, die Flasche und hier ein Gasherd, hier eine, ja, eine kleine Balustrade, dahinter eine Wand, da oben hängen irgendwelche Tücher für den Sonnenschutz. Dahinten wird es dunkel, ist die Wand hier vielleicht fertig oder ist da der Himmel? Also wirklich ein mehrschichtiges Bild, eine ganze Szenerie. Und das ist schwierig zu sagen, wo ist jetzt effektiv der Hintergrund? Fängt er schon beim Gasherd an, bei der Balustrade oder erst bei der Wand oder beim Himmel? Also wenn ich das Bild ausarbeiten würde, dann würde ich mich das fragen, beziehungsweise ich müsste auch mit Bildkomposition arbeiten, mit Hell-Dunkel-Kontrasten, also viel stärker das Ganze mit einbeziehen, weil es eben eine Szene ist. Im Gegensatz dazu zu einem Objektbild, wo dann effektiv nur das Objekt im Vordergrund steht und der Hintergrund abstrakt jetzt hier reingearbeitet ist, um das Objekt hervorzuholen. Da kann man effektiv, da muss man sich nicht an die Vorlage halten und man kann schauen, was dient dem Objekt am besten? Ist es ein dunkler Hintergrund, ein heller Hintergrund, ein abstrakter, ein gegenständlicher vielleicht? Oder gar keiner? Kann ja auch sein. Gut, dann haben wir hier noch eine Szene am Tisch. Da waren mehrere Personen am Tisch und ich habe sie gezeichnet und das ist eine erste Zeichnung aus dieser Szene. Hier sitzen sie am Tisch und wir sehen hier hinten ein Fenster. Es war schon dunkel. Das habe ich mit einbezogen und ja, ziemlich stark akzentuiert, also umgezeichnet. Man sieht effektiv, es ist ein Fenster und darum wird aus dem Ganzen eine Szene, ein Szenenbild, wie eine spontane Fotografie. Und ich finde, die Figuren und der Hintergrund beißen sich ein bisschen, weil, wo soll ich hinschauen? Die Figuren sind wichtig, aber auch das Fenster sagt etwas aus. Es wirkt ein bisschen bedrohlich oder geheimnisvoll. Darum, die zweite Variante war diese da. Ich habe die Personen ein bisschen anders umgesetzt und den Hintergrund effektiv nur leicht angedeutet. Also hier könnte ein Eingang sein, eine dunkle Wand, ein Vorhang, egal was. Dieser Bereich ist dunkel, um die Figuren eben ins Licht zu holen, um sie nach vorne zu bringen. Und so funktioniert das Ganze für mich viel besser als vorher. Dann ist das eine dritte Version, die ich für mich ausprobiert habe. Durch diese Zweiteilung entsteht auch so eine spezielle Dynamik, wo die beiden Personen dann eine bestimmte Beziehung zueinander haben oder vielleicht eben auch nicht. sei dahingestellt. Es war für mich wirklich so ein Ausprobieren der Farben, aber auch hier. Das Ganze geht dann langsam in eine Abstraktion rüber. Ich könnte die Köpfe noch mehr abstrahieren und sie noch flacher halten. Also man kann das wirklich, ja, wie ich so endlos weiterspinnen. Dann diese Skizze hier. Er sitzt auf einem Sofa und dahinter war ein Raum. Also auch mit Möbeln, mit, ich glaube, TV hier, mit Fernseher. Da waren Fenster und so weiter. Hätte ich auch hier zeichnen können mit leichten Strichen und man hätte da sofort, ja, eine Tiefenebene gehabt. Wollte ich aber nicht, weil dann wäre aus dieser Zeichnung ein Bild, eine Szene geworden und ich wollte effektiv die Person da im Vordergrund haben und die, ja, die Strichzeichnung. Dann hier eine Szene, also wirklich eine Szene wie eine spontane Fotografie, wo man einfach die Situation einfängt, Licht und Schatten ein bisschen mit den Kontrasten spielt. Fertig. Aber es ist jetzt nichts im Vordergrund, sondern das Sofa ist sehr dominant. Wir sehen hier Kissen. Klar, die Person ist schon auffällig, weil es eben eine Person ist. Aber das Ganze spielt als Szene zusammen. Hier hätte ich noch mehr zeichnen können, wollte ich dann aber nicht, weil das Blatt ist auch zu klein und es wäre zu nervös geworden und so passt dieser, ich sage mal, Weissraum, Grauraum hier, schön zu diesem Raum hier. Wo man auch Sachen mal frei lässt und das Auge ein bisschen vervollständigen lässt. Das passt so, finde ich, sehr gut. Bei solchen Sachen habe ich da den Hintergrund komplett weggelassen. Die Pflanze an sich hat genug Leben und Bewegung in sich. Die kann so alleine für sich stehen, da muss ich nicht noch irgendwie einen Strand anzeichnen oder sonst was. Das wäre wirklich viel zu viel gewesen. Also effektiv, kein Hintergrund ist auch eine sehr gute Möglichkeit. Und ja, die klassischen Sachen, wenn man eine Szene zeichnet, Architektur, die ganze Landschaft, das ist schon sehr, sehr flach. Man weiss schon, okay, das ist vorne, hier ist irgendwie das Meer. Und dann schichtet sich das Ganze auf. Wir sehen schon hier mehrere Ebenen, aber weil es eben so weit weg ist, ist es eine Ebene jetzt für uns. Wir sehen schon hier, dass da Häuser im Hintergrund sind, aber von Hintergrund kann man in diesem Bild nicht sprechen. Dann hier noch ein klassisches Aquarellbild, auch vor Ort gezeichnet. Alles, was vorne ist, ist natürlich deutlicher, kontraststärker, ja im Detailgrad ausgearbeiteter als der Hintergrund, der da leicht und immer wehrer ausläuft. Und auch hier kann man sich fragen, wo fängt der Hintergrund an? Man kann da wirklich selber bestimmen, weil wenn man schaut, vor allem wenn man eine Fotografie vor Augen hat, ist ja das meiste sehr, sehr schon scharf gestellt. Es sei denn, man hat eine Makrofotografie vor sich, aber man muss dann selber abstrahieren und sich da einschränken, damit das Bild eben sich auf etwas fokussiert und nicht zu viel zeigt. Man muss effektiv ganz viel wegnehmen oder nicht zeigen, selber entscheiden können, wo höre ich dann auf oder wo lasse ich das Ganze auslaufen. Und hier kommt ein Beispiel, ein schlechtes Beispiel, notabene, das ich in drei Bildern gemacht habe. Zu dem komme ich gerade. Ich habe mich da langsam reingezeichnet. Das war im Garten und dahinten stand ein Ping-Pong-Tisch. Da war noch ein Baum dahinter. Dann hier nochmals eine Baumreihe oder eine Hecke, eine große Hecke. Hier eine Palme. Das ist mir völlig misslungen. Das ist viel zu viel. Ich habe den Hintergrund zu sehr betont und die Palme verschwand dann. Dann habe ich die Palme nochmals stärker betont und das kämpft so miteinander. Auch der Ausschnitt ist nicht schön. Das Rot nahm ich zur Hilfe, damit es ein bisschen Kontrast hat, zum Schauen, ob das irgendwie funktioniert. Aber hier funktioniert gar nichts mehr. Dann kam die zweite Version, wo ich mit dem Hintergrund ein bisschen etwas anderes ausprobiert habe. Ich habe die Palmen hier freigelassen und wollte den Hintergrund als eine Fläche einzeichnen plus noch ein bisschen Blattwerk da reinzeichnen. Ungefähr. Und der Ping-Pong-Tisch freigestellt. Funktioniert für mich aber auch nicht, weil alles, was vorne ist, ist viel zu schwach und das hinten wirkt sehr unruhig, sehr komisch. Also von Bäumen oder von einer Hecke spüre ich da jetzt gar nichts. Okay, dann kommen wir zum dritten Bild und das finde ich jetzt das gelungenste Bild. Hier habe ich dann die Palme ganz weggelassen, habe ich mich auf den Tisch konzentriert mit dem Baum dahinter. Da habe ich eine andere Art genommen, das Ganze ein bisschen mit einem Fineliner zuerst ausgezeichnet, also gezeichnet dann mit einem Graustift betont und die Hecke hinten wirklich nur mit einem noch helleren Graustift einfach angedeutet mit Pünktchen und ich finde, das kommt sehr gut hier. Hat nichts mit der Realität zu tun, also mit der Vorlage. Was ich aber sehr gut finde im Nachhinein, weil es vergleicht ja kein Mensch mehr, was man als Vorlage hat, das muss ja für sich funktionieren. So muss man dann auch ausprobieren, was ist möglich, mache ich den Hintergrund dunkler oder mache ich den Vordergrund dunkler? Was funktioniert überhaupt für die Vorlage? Wie arbeite ich mit den Objekten im Bild? Was lasse ich weg? Was nehme ich hinzu? Und was abstrahiere ich? Was setze ich realistisch um? So kann man sich an den Hintergrund ein bisschen heranarbeiten und das Ganze, auch die Szenerie anfangen zu verstehen, zu schauen, wie das Ganze mit den Materialien harmoniert. Dann haben wir hier noch eine aktuelle Skizze, nicht aus den Ferien, aber aus einem Event, einem Gaming-Event, wo ich mit den Jungs war. Und zwar habe ich da von oben herab gezeichnet. Das war ein Verkaufsstand. Und hier haben wir auch mehrere Ebenen. Hier haben wir die Käufer-Ebene, die Verkäufer-Ebene und dann den ganzen Merch dahinter, die ganzen Plakate, Games, whatever. Es ist viel los auf dem Bild und ich denke, dass für sich funktioniert es, weil es ist eine Szene. Es gibt keinen Hintergrund. Es gibt einfach deutliche Ebenen, wo man sich daran festhalten kann, was ist vorne, was ist hinten. Und den grössten Kontrast haben natürlich hier die Käufer mit dem schwarzen Tischduch und dem weissen Boden, also der grösste Kontrast. Und nach hinten wird es da wie langsam hellgrauer. Das ganze Weg dann als eine Art Grundrauschen, wo aber viel Stimmung zum Bild beiträgt. Also wie gesagt, hier, das ist eine Szene. Kein typischer Hintergrund, aber ich dachte, das passt so als Skizze, passt das sehr schön, weil es war auch spannend zum Anschauen. Hier ein kleiner Zoom dieser Szene. Genau die gleiche Systematik. Alles, was vorne ist, ist kontrastreicher. Dann haben wir den Hintergrund hier ein bisschen angedeutet und aus dem ganzen Szenenbild wurde hier ein Objektbild. Ich hätte hier das Ganze auch weglassen können, hätte es nicht gebraucht. Ich dachte, sonst wäre es vielleicht zu weit gewesen und ich wollte die Enge, die die Verkäufer hatten nach hinten, wollte ich ein bisschen darstellen mit ihrem Merch da. Darum hat es für mich wie so diese Ebene noch gebraucht. Okay, und hier noch ein letztes Beispiel aus diesem Skizzenbuch. Auf dieser Seite war eine Bühne, hell beleuchtet. Ungefähr hier war das Ganze hier nach hinten schwarz, beziehungsweise die Halle ging da sehr weit nach hinten und ja, es war einfach dunkel und da brannten auch keine Lichter mehr. Und das war mir danach zu dunkel, das Ganze hier auch noch einzuschwärzen, beziehungsweise das wäre viel zu schwer gewesen. Also da kann man dann auch sich davon inspirieren lassen und abstrahieren natürlich. Erstens, um die Figuren da ein bisschen besser zu akzentuieren, hervorzuholen und zweitens, um Ebenen oder mit so Stufenzeichnungen ein bisschen Architektur reinzubringen. Auch hier kann man meinen, okay, hier fängt Enge etwas an, da geht es weiter und so fort. Da bekommt es eine gewisse Perspektive sogar rein. Durch das Ganze wirkt das ganze Bild auch leicht spannender. Sie bekommen auf den Boden hier, man merkt, das Licht kommt von dieser Seite, von hinten, also von links oben. Dieser abstrakte Hintergrund hält auch das Bild, diese Figuren ein bisschen besser zusammen. Okay, ich hoffe, ihr seid noch da. Du bist noch da. Und wie gesagt, es ist schwierig, einen richtigen Hintergrund zu vermitteln, weil den gibt es ja so nicht. Es kommt immer darauf an, was du zeichnest, wie du zeichnest und wie du malst, welche Farben du benutzt, welche Pinsel du benutzt, welche Materialien und so weiter. Das spielt noch eine Rolle, spielt eine Rolle der Untergrund, was für Papier es ist, was für Leinwand. Hat auch eine Struktur, die kann man auch mit einbeziehen. Natürlich das Objekt, also die Szenerie, die Bildvorlage, wie du mit dem umgehen möchtest, das ist alles so sehr, sehr vielfältig. Darum kann ich nicht sagen, mache es mit Bleistift so, mache es mit Aquarell so. Das kommt wirklich sehr auf die Situation drauf an. Aber ich habe dir vier hier Möglichkeiten da vorgezeichnet, wie man jetzt mit einem Objekt umgehen könnte, am Beispiel einer Person. Und das könnte auch eine Vase sein, oder ein Insekt auf dem Blatt. Ich zeige dir jetzt mal vier verschiedene Gedanken oder Möglichkeiten, einen Hintergrund da einzufügen oder den bestehenden vielleicht anders oder frischer umzusetzen. Wie gesagt, nur als Gedankenexperiment, nicht wie man was machen sollte, sondern wie man etwas angehen sollte. Jetzt beim ersten Bild habe ich mir gedacht, es geht hier um Nähe, um Abstraktion, um Muster, hell-dunkel, Farbkontrast. Also wir stellen uns mal vor, die Figur stünde an einer Wand vielleicht. Vielleicht hätten wir hier einen Schrank. Hier wäre vielleicht noch ein Schattenwurf. Der Schattenwurf des Schrankes vielleicht hier so etwas. Und da oben ist noch was. Also wir haben wirklich eine ganz, ganz nahe Eindimensionalität. Da ist nichts weit weg. Das ist wirklich eine sehr flache Szenerie oder ein sehr flaches Objektbild. Und das müssen nicht Objekte sein hier. Wie vorher beschrieben, wenn ich so etwas hier reinzeichne, dann bekommt das automatisch eine gewisse Bedeutung oder eine gewisse... Es kommuniziert auf jeden Fall. Es erzählt eine Geschichte, der Hintergrund. Und die Frage ist, ob du das möchtest oder ob du effektiv sagst, ja, nein, ich mache den Hintergrund hier eher abstrakt. Wie ich da vorher schon gezeigt habe, ich mache die Figur so mit Farbmuster, mit Klecksen, vielleicht ein bisschen Nass-in-Nass-Technik, wenn das im Aquarell ist. Und ich deute nur vielleicht ein paar Blätter an oder hier vielleicht oben eine natürliche vielleicht Baumgrenze oder eine Wand und dahinter ist vielleicht dann Blau oder Rot oder wie auch immer. Hier mit Farben spielen. Also hier geht es wirklich um Abstraktion und meine Musterung, meine ziemliche Nähe zum eigentlichen Objekt. Das ist so Variante 1. Variante 2 könnte man sagen, hier geht es um Perspektive. Also um Fluchtperspektive, um Ebenen, wie wir das mit dem Concept Art Bild schon gesehen haben. Also die Person könnte hier wirklich irgendwo stehen und wir haben vielleicht eine New Yorker Skyline, eine ganz, ganz klassische Flucht und die Person steht irgendwo. Aber die Häuser könnten ja nur so angedeutet sein, wie sie hier sind, nur mit Strichen. Oder das sind hier nur Farbflecken oder Farbtöne. Oder ich setze hier das Ganze Orange und das hier wird dann Blau. Aber wir merken automatisch, es sind verschiedene Ebenen im Bild. Wir haben eine gewisse Weite, also eine Stadtansicht und so weiter. Speziell das Lustige an diesem Ganzen ist, die Person oder das Objekt befindet sich fast immer in der gleichen Position. Vielleicht ändert sich dann die Lichteingebung. Also hier ist das Licht vielleicht neutral und hier ist das Licht vielleicht von links oben. Dann haben wir hier den Schatten und so weiter. Also je szeniger du wirst, je vielleicht gegenständiger du wirst, desto mehr wird vielleicht auch das Licht. Ein wichtiger Teil des Zusammenspiels hängt natürlich auch von der Abstraktion ab, wie du das Ganze gestaltest. Du kannst auch sagen, ja, das Licht ist völlig egal, das spielt gar keine Rolle. Geht natürlich auch. Sollte einfach für sich inhaltlich stimmig sein. Somit wäre das die zweite Variante. Die dritte Variante wäre eine Weite, eine Luftperspektive, also das typische Verblauen. Stell dir vor, die Person steht irgendwo am Grand Canyon oder irgendwo in den Bergen. Also hier haben wir wirklich eine ganz, ganz, ganz große Weite, atmosphärische Zeichnung. Muss aber nicht sein, es muss keine Landschaft sein. Das kann auch ein Farbenspiel sein, ein Muster, vielleicht auf diese Art wie hier. Also das hängt ganz davon ab, wie du mit den Kontrasten umgehst, wie du hier mit den Farben umgehst. Wenn das hier zum Beispiel nur ein Linienspiel ist, kann ich sagen, ja, okay, ich mache die Person wirklich mit dicken Linien oder habe dieses Objekt hier, dieses Subjekt mit dicken Linien. Also ich zeichne das wirklich deutlich aus und dann werde ich hier nach hinten immer wie leichter und so weiter. Da kann man sagen, okay, hier arbeite ich vielleicht mit Kreuzschraffur und hier nur mit einfacher Schraffur. Dafür verändere ich dann den Winkel. Ich spiele da ein bisschen damit, damit ich eben diese Tiefe bekomme. Also wenn das jetzt dein Vorhaben ist. Aber so kann man danach auf diese Weise eine gewisse Tiefe einbauen, obwohl da vielleicht in der Vorlage keine Tiefe ist. Wenn dir das so einfällt und du denkst, ja, mit diesem Material, in dem ich da habe, das passt perfekt, das mache ich so. Das ist dann die Version mit der Weite. Und dann haben wir noch eine vierte Version. Also gibt es natürlich noch viel mehr, aber das ist so eine Version, die vielleicht überraschend ungewöhnlich ist. Also eine dramatische Unter- oder Übersicht. Ich mache mal so etwas hier. Stell dir vor, du liegst am Boden und die Person schaut auf dich herab. Und das könnte vielleicht auch hier so diese Szene, aber mit den Hochhäusern. Also wir haben hier wirklich eine krasse Untersicht. Oder es ist sogar eine Übersicht. Die Person fällt in einen Abgrund und dann ist das Ganze hier statt Himmel ist das Ganze hier vielleicht schwarz. Oder hier können, ja, das könnte eine Küste sein. Und so weiter. Also wirklich eine überraschende, ungewöhnliche Sicht. Vielleicht sogar noch mit einem kleinen Großvergleich, dass du bekannte Sichtgewohnheiten ein bisschen wie in Kontrast setzt, also vielleicht riesige Blätter, die normalerweise ganz klein sind, oder eine riesige Erdbeere. Dann wird das ganze Bild leicht illustrativ oder metaphorisch auch. Also da bekommt es eine ganz andere Aussage, ein ganz anderes Storytelling. Also nicht nur die Perspektive krass abändern, sondern auch mit den gewohnten, ja, mit den Sehgewohnheiten ein bisschen brechen und das Ganze anders darstellen. Vielleicht liegt die Person auch in einem Boden voller Blätter, Herbstblätter. Dann haben wir hier eine klare Musterung. Dann wäre das aber so etwas wie Nummer 1, also etwas ganz, ganz Nahes, das sich wirklich hinter der Person befindet. So mit grossen Blättern oder mit grossen Elementen oder anderen Elementen, die so ungewohnt sind in dieser Konstellation, kann man dann eine überraschende, metaphorische Zeichnung schaffen, die dann auf zwei, drei Ebenen etwas anderes erzählt. Das können auch Farben sein, Objekte, Muster, was halt zu deinem Bild passt, was zu der Aussage passt, von deinem Bild vor allem. Also das ist das Wichtigste. Was möchtest du aussagen überhaupt mit diesem Bild oder was für eine Stimmung möchtest du vermitteln? Aber bei so einem Objektbild ist nicht, dass man da abstrakt bleiben soll oder unscharf im Hintergrund und mehr Möglichkeiten hat man nicht, sondern man hat wirklich effektiv viel mehr Möglichkeiten, aber die hängen wirklich stark ab von deinem Sujet und natürlich auch vom Ausschnitt, von deinen Materialien, von der Zeit, die du dafür hast und so weiter. Okay, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen mit dem Hintergrund richtig zeichnen. Wenn ich etwas vergessen habe oder wenn etwas nicht klar ist, schreibe es mir in die Kommentare. Ansonsten lass gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Oder ein Abo, kostenlos natürlich, falls du noch keins hast. Da kannst du auch die Glocke aktivieren und auf dem Laufenden bleiben. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir sehen uns ganz sicher beim nächsten Video. Mach's gut, auf bald!